Unsere musikalische Frühförderung läuft seit 20 Jahren, also 21, aber wir konnten nicht feiern wegen Corona. Wir freuen uns über großen Zuspruch. Aus den Kleinen sind auch Große geworden. Wir brauchen mittlerweile die Stadthalle für die Adventfeier, weil es sonst zu eng wird. Und das ist ja ein gutes Zeichen, wenn die Eltern ihre Kinder gut bei uns aufgehoben wüssten. Wenn doch bloß meine Eltern wüssten, wie es am Freitag in der Probe zugeht. Vielleicht dürfte ich dann auch nicht mehr hin. Aber eine Mitinitiatorin war damals übrigens, war ja eine Zeitung, damals noch Thomas. Und heute stürmen die Kinder begeistert die vielen Stunden, die Sabine Schwerer leitet. Sie sehen ja, viele Kinder sind mittlerweile groß geworden und gemeinsam feiern wir jetzt 20 Jahre Fitusströche mit echten Ströchen-Instrumenten. Froni, Franzi, Veli, Luki und Raffi waren selber bei den Ströchen. Jan hat keinen Spitznamen mit I und war auch nicht bei den Ströchen. Darf aber trotzdem mitspielen. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus